Seit 25 Jahren haben wir dieses Jahr die GEDOC hier in der Politischen Akademie. Und wir beiden machen das seit sieben Jahren als Kuratorinnen. Und da können wir schon aus unserer Erfahrung heraus sagen, dass sich die Dinge zum Positiven entwickelt haben. Erstens, die Akademie hat sich entwickelt durch ihre baulichen Veränderungen. Wir haben viele neue junge Künstlerinnen herangezogen, eben auch weil der Ort so interessant und schön ist. Und da sind wir einfach sehr froh, dass wir immer wirklich 20 Positionen präsentieren können, die vollkommen verschieden sind. Ich glaube, wir sind ganz froh in diesem Jahr. Wir freuen uns auf die Vernissage. Ich glaube, wir sind ganz froh in diesem Jahr.